Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute zeige ich euch meine Monatsfavoriten und falls ihr sehen wollt, was ich den Monat Juli so geliebt habe, dann würde ich mich natürlich freuen, wenn ihr dran bleibt. Bevor ich aber anfange, muss ich natürlich das Wichtigste hier ansprechen. Das ist mein erstes Video mit der neuen Haarlänge. Und bevor ihr euch unten wieder darüber zerreißt, was jetzt mit dem Frisurenfreitag sein wird, der geht natürlich wie gewohnt weiter. Also das ist gar keine Frage. Meine sind ja jetzt nicht extrem kurz, die sind immer noch über der Schulter, aber ihr wisst ja, was ich meine. Auf jeden Fall für alle, die durchgedreht sind, was jetzt mit dem Frisurenfreitag ist, der wird auf jeden Fall noch weitergeführt, ganz klar. Ohne Frage, Leute. Keine Panik. Also das erste Produkt, was ich euch aus dieser Kategorie zeigen möchte, ist ein altes Produkt, was ich jetzt quasi neu für mich gefunden habe. Und zwar ist es die Foundation von Catrice, die All Mud Plus. Und ich hatte sie mal während meiner unreinen Hautphase benutzt und habe dadurch leider noch mehr Unreinheiten bekommen. Und jetzt ist meine Haut zum Glück besser geworden und ich muss irgendwo gegen Klopfen, gegen Holz, dass das nicht bricht. Meine Haut ist auf jeden Fall jetzt besser und deswegen dachte ich, versuche ich das nochmal. Ich weiß, es ist ziemlich risky, aber wenn mir langweilig ist, mache ich Quatsch. Also habe ich sie nochmal gekauft und bin super begeistert. Gerade in so warmen Tagen ist es einfach etwas, was mir total hilft zu mattieren und diesen Speckglanz wegzulassen. Ich trage sie jetzt gerade und ich filme mit zwei Scheinwerfern zu beiden Seiten. Und ich finde, man sieht den Glanz einfach nicht so stark und es ist schon mal sehr, sehr schwer hinzubekommen. Das zweite Produkt, was ich total für mich entdeckt habe, kann ich eigentlich nicht zeigen. Ihr werdet mich auslachen, weil das so ein alter Hype ist, den ich jetzt aber vor kurzem erst für mich entdeckt habe. Shame on me. Und zwar ist es der Hoola Bronzer von Benefit. Am liebsten trage ich den auf mit dem Art Deco Puderpinsel. Und geile Kombi, bin ich echt begeistert. Also ich benutze nicht dieses Ding, was da drin ist. Ich finde, warum macht man das eigentlich rein, oder? Also benutzt es jemand? Könnt ihr mir das bitte hinschreiben, ob ihr wirklich mit so mitgelieferten Pinseln auf so einen Sets irgendwas anfangen könnt? Mein nächster Favorit diesen Monat ist eine Lidschattenpalette. Und ich habe euch ja schon öfter mal erzählt, ich benutze sehr, sehr selten Lidschatten. Also ich mache mir eigentlich immer nur dieses schwarze äußere V und ein bisschen was Helleres in die Innenwinkel. Punkt. Aber ich bin auf eine Palette aufmerksam geworden von Zueva. Und zwar die Naturally Yours Palette. Und ich muss sagen, ich bin echt, seitdem ich sie kenne, bin ich wirklich verliebt, weil sie unglaublich schöne Farben hat. Diese Palette könnt ihr direkt bei Zueva bestellen. Ich rede ja auch immer von den Zueva-Pinseln. Habe mir letztens auch wieder ein Lipgloss dort bestellt. Ich mag die Produkte unheimlich gerne. Ich werde euch den Link unten einmal in die Infobox setzen, dass ihr da vielleicht mal schaut. Ich glaube, diese Palette hat ungefähr 15 Euro gekostet. Ich musste gerade erzählen, wie viele Sachen da eigentlich drin sind. Peinlich! Mein nächster absoluter Favorit ist einmal ein Blush von Art Deco. Und ich habe euch schon so häufig davon erzählt, wie sehr ich ihn liebe. Ich hatte in meinem Get Ready With Me dieses Produkt benutzt und ihr alle fandet ihn so schön, dass mich unglaublich viele Leute gefragt haben, wo hast du den her? Das ist jetzt einmal der Mineral Baked Blush in der Farbe Panoman. Ich werde es euch einblenden. Und ihr könnt euch nicht vorstellen, wie unglaublich gerne ich den benutze. Ich habe ihn jetzt schon seit ungefähr zwei Monaten und ich musste den jetzt mal erwähnen, weil es ist das einzige Produkt, was ich benutze. Ich trage ihn heute auch schon wieder. Und es ist einfach so ein unglaublich schöner, alltagsfarbener Ton, der so ein bisschen reflektierende Elemente noch drin hat, sodass ich mir den Highlighter absolut sparen kann. Und ich liebe es einfach. Art Deco hat jetzt auch einen Online-Shop. Ich werde den euch wie den von Zoeva unten auch mal reintun. Und viele, die sich den nachgekauft haben, nachdem ich es in meinem Get Ready With Me gezeigt habe, schreiben mir auch, dass sie unglaublich begeistert davon sind. Und ich denke, dann ist ein Produkt auf jeden Fall gut, wenn viele Leute mir dann sagen, gut, dass du mir den empfohlen hast, weil der ist unglaublich schön. Mein nächstes Produkt ist auch von Art Deco und das ist so ein Lip Crayon. Den hatte ich euch schon häufiger mal gezeigt. Das ist einfach der Glossy Lip in der Farbe 36. Er ist long lasting und das kann ich auch auf jeden Fall bestätigen. Ich hatte ein Bild gepostet mit meiner Alltagsroutine für mein Make-up. Das seht ihr einmal hier. Und viele haben so gut darauf reagiert. Und das ist nämlich das, was ich da auf den Lippen trage. Ich weiß jetzt nicht direkt, ob das auch noch mit in die Kategorie dekorative Kosmetik fällt. Aber ich möchte euch einen Liebling zeigen und zwar meinen Essie-Nagellack in der Farbe Chubby Cheeks. Ich liebe diese Farbe. Ich habe sie schon so oft geinstagrammt und ich mag es unglaublich gern. Es ist so ein schönes Rot. Ich trage sie in diesem Bild auch zum Beispiel auf meinen Füßen. Und Essie-Nagellacke halten bei mir unglaublich lang. Also ich weiß welche, die beschweren sich darüber, dass sie nicht so lang halten. Bei mir halten sie zum Glück lang. Beziehungsweise habe ich irgendwie wohl die richtigen Farben erwischt, wo die Farbe wirklich lange hält. Ich denke, das ist auf jeden Fall ein Bonus, dass es lange hält, weil ich ein absoluter Hater bin, was das Abnehmen von Nagellack anbelangt. Aber in meiner nächsten Kategorie werde ich euch auf jeden Fall noch ein Produkt zeigen, was mir sehr viel einfacher macht. Und da sind wir auch schon in der nächsten Kategorie mit dem Produkt, was mir das Nagellack abnehmen wenigstens leichter macht. Und zwar habe ich hier bei DM von Evelyn diesen Pott gefunden. Eigentlich hat sich den meine Freundin gekauft und ich habe ihn ihr nachgekauft, weil ich ein Dieb bin. Und ich bin super zufrieden, dass ich das gemacht habe, weil es so ein geiles Konzept ist. Kleiner Tipp von mir an euch. Versucht nicht, eure Füße da reinzustecken. Von daher, wenn ihr lackierte Fußnägel habt, solltet ihr das auf jeden Fall auf die altmoderische Art und Weise wegmachen. Ein nächstes Produkt ist vom Body Shop und zwar ist es einmal der Aloe Lip Care. Ich hatte dieses Produkt gekauft, als ich unglaublich starke Probleme mit meinen Lippen hatte. Die waren so trocken und so furchtbar, dass ich einfach, ich konnte dann, also nichts hat geholfen, nicht mehr die Kaufmannscreme. Es war einfach nur, es war vorbei, sagen wir es mal so. Unglaublich gutes Produkt, mag ich sehr, sehr gerne. Ist meiner Meinung nach viel zu überteuert. Ich glaube, es kostet 15 oder 17 Euro. Body Shop, was soll das? Aber es ist es leider wert. Also ich weiß nicht, ob ich es jedem jetzt so empfehlen würde, ob es da vielleicht günstigere Produkte gibt, die für euch irgendwie schon ausreichen. Aber wie gesagt, in dem Stadium war für mich eigentlich alles verloren. Von daher dachte ich, komm, gönn dir. Mein letztes Produkt aus dieser Kategorie ist Alma von Rituals. Das ist so eine Body Butter. Wowie! Ich wünschte, ihr könntet es riechen. Es riecht so unglaublich gut. Ich liebe die Gerüche von Rituals. Ich, ich, boah. Das ist so eine richtig reichhaltige Butter. Die gibt es meiner Meinung nach auch in Light. Aber ich dachte, wenn du dich schon voll schmierst, dann die volle Packung. Und habe mir natürlich so die richtig heavy Creme geholt, die ich mir dann raufschmiere. Und es ist ein Träumchen. Also ganz groß. Ich habe euch bereits bei Instagram ein Bild gepostet von meinen neuen Lieblingsschuhen. Und zwar sind das so Ledersandalen, die ich bei Promot gekauft habe. Ich habe sie, glaube ich, sogar im Angebot für 15 Euro geschossen. Yes! Und ich bin super froh. Ich weiß nicht, ob es das noch da gibt. Das tut mir auch leid. Aber da müsst ihr einfach gucken. Also ich hatte auch nicht damit gerechnet. Und dann waren sie auf einmal da. Und dann habe ich mich verliebt. Und dann mussten sie mit. Mein letzter Favorit ist eine Reise, die ich diesen Monat unternommen habe. Und zwar war ich mit zehn Magnolian-Mädels auf Ischia. Und wir hatten eine superschöne Zeit dort. Und es war wirklich toll, alle kennenzulernen. Und die Leute halt auch mal so privat irgendwie mit denen reden zu können. Und es waren wirklich unglaublich süße Mädels. Und es war eine unglaublich schöne Zeit. Ich bin richtig froh, dass ich das mitmachen durfte. Und es wird von mir auch nochmal ein Impressionen-Video geben, wie ich Ischia so aus meiner Seite gesehen habe. Ein paar Bilder, einfach nichts Großes. Aber vielleicht, dass ihr das auch nochmal sehen könnt. Ja, ich werde euch auf jeden Fall da immer auf dem Laufenden halten, dass ihr das in Erinnerung behaltet. Es war auf jeden Fall eine superschöne Zeit. Und ich vermisse es auch. Und bin ganz bemütig, wenn ich da wieder drüber nachdenke. Also ihr Lieben, das war es von den Favoriten für diesen Monat. Und es hat mir wie immer Spaß gemacht, euch meine Sachen zu zeigen. Alle Produkte seht ihr in der Infobox. Schaut da vorbei. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns bei dem nächsten Video, was der Frisurenfreitag sein wird, mit meiner Haarroutine, was ich jetzt so mit den kurzen Haaren anstelle. Von daher, wenn es euch interessiert, meine Geschichte, meine Laufbahn, meine Frisuren, mein Entsetzen, das ganze Drama, dann schaltet ihr da mal wieder ein. Aber für heute wünsche ich euch einen wundervollen Tag. Und dann bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen. Nein, so sage ich das nicht. Tschaui.